Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8 und ja, es geht gleich weiter mit uns Luke. Hallo Luke. Na guter. Und anscheinend jetzt ein Duell zwischen uns zwei. Echt? Tatsache. So wenig los auf der Welt. Ja, Sonntagnacht. Alle müssen morgen wieder arbeiten. Natürlich nehmen wir meine Strecke. Ich kann ja nicht den Zufall überlassen. Gut, aber es gibt ja auch Länder, wo die Leute jetzt einen Tag haben oder einen Abend. Ja, die wollen wohl nicht mit uns spielen. Ja, also man könnte ja fast meinen, zumindest habe ich mal gehört, dass wir 7 Milliarden Menschen auf der Welt haben sollen. Da merke ich aber irgendwie nichts. Ja, ein Fahrer. Ich bin reich. Dann sollte es auf der Strecke sein. Mit mir in der Strecke. Man kann auch auf der Strecke reich sein. Jetzt habe ich mir in das Gras fahren. Teilgeil. Ach ja. Erschnauung für mich auch. Toll, ich muss dann, wenn ich Zweiter bin. Ob ich wieder Taler kriege. Nein, aber eine andere Taler. Wunderbar. Was ist denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Nach hinten irgendwie. Ja, ich habe sie da vorne irgendwie gemessen und dann ist sie in das Schild geklatscht glaube ich. Oh, tatsächlich? Ja, vielleicht noch. Da war ich es. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ne. Ich glaube ich habe sie geschanzt und kam nicht über das Wasser. Busch ist der Unglaublich! Ja, kam nicht über das Wasser! Kann nicht sein. Ich habe sogar hochgezogen. Komm nicht hoch. Unglaublich. Das ist über alle Berge. Naja, Berge am Ende ist doch wieder. Ich hab wieder einen Taler bekommen. Ja, das ist ein Grundschluss. Kannst gar nicht verlieren, mit so viel Abstand. Auch was die alle Tage haben. Komm wieder, keine Frage. Also... Aber gut, jetzt kann ich mir irgendwie passieren. Ich hatte eine ganz üble Idee. Was denn? Ich hab gerade überlegt, wie extrem man... beim Schanzen die Flugbahn ändern kann. Ob du da abkürzen kannst, oder was? Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt Wände gemacht haben, dass man nicht durchkommt. Ich kann mir vorstellen, dass sie dich dann abfangen, wenn du das machen willst. Genau, das kommt immer noch keiner. Hm. Warte, komm, geh mal raus. Ähm, nee, falsch. Warte, lass mich mal. Noch mal eine Runde. Oh. Die Runde ist ja doof. Was hast du denn ausprobiert? Ja. Ich hatte einen Zufall. Ich hatte einen Zufall. Tada. Automativ. Ich hatte einen Zufall. Oh, das ist doch. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Ich hatte einen Zufall. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Vollstand. Ja, aber Abstand geht nicht mehr. Unglaublich. Ich hatte einen Zufall. Und ich hatte einen Zufall. Ich hatte einen Zufall. Ich hatte einen Zufall. Einen Zufall nicht mehr. Dann muss zwei bevorste ich hinfinden. Und dann noch aber. Warte mal. Du meinst eine Münze. Haha, krass. Wenn du kurz zielst, lasst sie mir in den Kopf werfen. Wow, fast der ist in Lava gefallen. Und Pananschale. Ja Bingo, ich habe das zweimal. Oh nicht, bitte. Der hat dann die ganze Pananschale. Verdammt. Ich bin verzweifelt, der Tater will nicht fern zu holen oder sich zu stoppen damit. Anscheinend nicht. Ja, also stoppt er vielleicht nicht mehr kurz. Ah, nein, gehen wir wieder. Nein, nein, nein. Ja, ich bin schon fertig. Jetzt bin ich im Ziel. Oh, ich geh mal raus. Dann geh ich aber auch raus. Ich will nämlich auch mir versuchen mal. Und zwar global. Also was immer wir tun. Ich muss erstmal meinen Ladekabel holen, sonst geht mein Controller gleich aus. Okay, nur bei mir ist das okay. Okay, nur bei mir ist das okay. So, versuchen wir uns bei mir beizutreten. Okay. Boah, hier geht die Post drauf. Hier sind zwölf Spieler. Wollen Sie an der Partie teilnehmen? Ja, möchten Sie wirklich teilnehmen. Ja, sind Sie sicher, Sie teilnehmen möchten? Ja, wenn sie sich wirklich, dass sie wirklich teilnehmen möchten, ja, sie wurden getrennt. Na gut, jetzt ist es gerade voll und jetzt startet es gerade. Aber eigentlich ist es so krass, du nimmst jetzt teil und damit entscheidest eigentlich schon für jemand anderen, dass er hier rausfliegen wird. Was ist das? Das nennt sich Arena Kampf. Ach so, ich bin auf der Strecke. Yes. Nein, verfehlt. Oh nein. Ich debb. Nein. Ich bin gleich voll, ich kann nicht genau voll innen. Nein, ich bin der Kuh. Ich darf mich von den Kuh töten. Ja. Ja. Du kacke. Ja, super, roter Panzer, ich bin raus. Hä, wenn ich hier noch dabei kann ich nicht mitfahren, oder? Obwohl ich top bin. Hä? Das seh ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr aufhören. Aber ich kann immer noch Panzer neben schießen. Also, wenn man tot ist, kann man noch weiterspielen. Auch andere Leute abschießen, ist ja krass. Ja, ich bin ein Geist, aber ich kann noch weiterfeuern. Ich versuche es in Halle hier aus dem Spiel zu werfen. Ja, wir haben ein Spiel geworfen. Das ist voll fies. Nur drei Stück da. Kann man sich denn dann sehen, auf dem Spielfeld? Nein, wahrscheinlich noch nicht, oder? Nein, sie kann mich auch nicht sehen, weil ich bin durchsichtig. Aber ich kann sie sehen. Vielleicht hat man auch gewonnen und alle anderen tot sind. Jetzt läuft ja nicht Zeit, so lange muss man überleben. Boah, ich hab noch betroffen leider. Aber leider noch ein Leben mehr. Entendlich. Wobei? Boah, ich bin der erste Platz für 20 Punkten. Wie geht denn das, bitte schön? Hä? Okay. Also ich habe anscheinend sehr viele Punkte gekriegt. Ich weiß nicht wie und warum, aber anscheinend doch. Yoshi-Tal. Wie willst du es jetzt haben? Wie willst du es als Yoshi-Tal haben? Ich habe ausgewählt. Okay. Als kann er heiter werden. Also hier ist es besser, wenn man hinterher fährt als voraus. Ich will das. Muss man denn da überhaupt... ...극or dann auch fahren? Ja, du musst auch fahren, aber... ...ehm... Nicht weg... Also... Eigentlich... Ne... Die Zeit läuft ab, aber... ...du bist Spiel und du vorbeisst. Aber du musst keine Runden fahren in dem Sinne. Ne... Aber wir standen auch alle an verschiedenen Stellen, ich glaube, ja, ja, genau. Boah, ich hab eine Angst, was sie getötet. Schon zwei, schon drei Belohnen. Wow, 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 wow. Boah, die Rakete dahinten läuft. Oh, ne. Oh, scheiße. Dich verfehlt den anderen drauf, ne, nicht schlecht. Ja, hab ich ja noch gesehen, ich bin ja noch ausgewichen. Gerade so. Wow, wow. Die Rückwärtschen sind abgeschossen, unglaublich, ey. Aber die haben die Strecke abgeändert, dass du nach Rückwärts fahren kannst, ne? Ja, klar, muss man ja, aber das ist ja egal, ob man eine Frau zur Rückwärts hat. Boah. Ne, ich verfolge gerade wieder zu den gleichen, irgendwie, das ist groß. Oh, Mann. Wie viele Punkte hast du schon? Keine. X7. Ich bin noch nicht eingetroffen. Ich musste jemanden suchen, irgendwie. Gerade hab ich gar keinen hier. Da kommt man ihn entgegen, wunderbar. Den geh ich jetzt vor. Wenn der keine Panzer hat, hat er nicht. Von mir ist da einer ganz ins Yoshi-Ei gefahren. Und da hab ich ihn gleich noch abgeschossen. Oh, hat der auch getroffen, oder? Hat er runtergefallen. Oh, oh. Bam. Hat er auch gar nicht gesehen, scheiße. In den letzten drei Sekunden. Oh, Mann. Leider verfehlt. Nein. Ein Kanadier mit drei Panzern. Gefährlich. Der rote Panzer. Hatte er. Oh, fertig. Oh, ich bin Erster. Mit 22 Punkten, ey. Ich hatte vier Abschlüsse. Jo, und die Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen, lasst uns ein leichter Schöp. Nächst mal rein. Es heißt Mareka Nacht. Bis morgen. Los? Los? Los Wangos.